So, willkommen zurück bei Legend of Zelda und wir gehen sofort in den Bossraum, denn hier ist... Was sind das? Puschel-Duschel? Kann ich die mit dem Endhaken schlagen? Nein, aber ich kann sie an mich heranziehen. Dann schlagen. Wow, cool. So, was war das für ein cooles Special Move, der mich nicht getroffen hat zum Glück. So. So. So, war geht doch nicht schlecht. So. Gut, gut, gut. Mach ich den richtig? Ich glaube schon, ja. Ach, die Bosse haben auch immer etwas damit zu tun mit den Gegenständen, die man erhalten hat. Ja, Fog hat es erst jetzt bemerkt. Tötet ihn deswegen. Deswegen muss ich ja bei dem letzten auch mit dem Hammer so drauf kloppen, wie Kloppe Meister Klopp Klopp. Und der bekommt... Er hat immer weniger von diesen Wattepauschel-Wauscheln. Und... Nein, das war falsch. So, nehmen wir. Los, komm schon, du bist bald tot. Gut. Nur noch ein bisschen. Ah, ah! Wird er schneller? Gut, kommt es mir nur sofort. Nein, es kommt mir nur sofort. Wow, nur noch zwei und jetzt sehen wir schon sein... Er hat sich hinter diesen Wattepauscheln versteckt, weil er so hässlich ist. Ihr seht es ja. Er hat nur ein Auge und so. Voll hässlich. Nee, ich will jetzt keinen beleidigen, der nur ein Auge hat. Aber der Typ da ist hässlich. Und was jetzt? Enttack? Nein, ganz normal. What? What the hell? Ah! Ja! Krass ist sowas. Aha! Aha! Komm, Skill! Ja! Weiter, weiter. Skill! Nein, nein, nein. So, Skill! Sehr gut. Ah, fuck! Komm, komm, komm! Skill! Ja! Boah! Boah! Ich habe es geschafft mit deinem Herzen. Ah, ich mache, glaube ich, die Bosse jetzt nur noch mit deinem Herzen. Das ist so schön dramatisch und ich habe den zweiten Kristall. Yeah! Yes, 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 yes! Ah, ich freue mich. Ah, sehr gut, sehr gut. Jetzt kommt wieder dieses geredige Blubber da, was keinen interessiert. Ah, fuck! Ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Triforce erfüllt dem, der es zuerst berührt, solange er lebt alle Wünsche. Deshalb wusste nur wenig von diesem goldenen Land. Doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Ganon entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man die Lichtwelt zurückkennt. Denke daran. Du verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche dich teleportet, denn es gibt nicht nur den auf dem Todesberg. Wandere so von Welt zu Welt, um die Bösewichte zu finden. Du bist der Einzige, der gern bezwingt keinen Lifthal hier. Hast du alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Gut, äh, wir sausten uns zurück in die Lichtwelt und dort, ähm, also Sachen machen. Äh, so Dinger finden halt. Versteht mich. Teleport, genau. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Ne, aber, ähm, erkundigen wir uns hier erstmal ein bisschen. Stirb. Ha, geschafft. Geht natürlich nicht. Äh, du bist tot, du bist tot, du bist tot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich erstmal diesen elenden Boss besiegt. So schwer sind die Bosse gar nicht. Man muss halt nur die Sachen benutzen, die man im Dungeon gefunden hat. Und dann hat man es eingeschaut. Was ist das? Das muss sich hauen. Schaut es euch an, ich muss. Ich muss einfach. Obwohl es wahrscheinlich nichts bringt, aber ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Und? Ne, es hat wirklich nichts gebracht. Habe gedacht, jetzt vielleicht zu Peng Peng kommt irgendwas. Oh, es stirbt. Sehr gut. Moment, wo ist überhaupt das dritte Teil? Ach, das ist oben links im Wald. Aber, äh, wir gehen zurück in die Lichtwelt. Weil, äh, wie ihr schon gehört habt, müssen wir Teleporter finden, die uns dorthin bringen und so. Und das können wir am besten in der Lichtwelt machen. Denn hier ist eine Fäde, die uns ganz heilt und die brauche ich jetzt im Moment nicht. Ah, okay, ich brauche sie doch im Moment. Jetzt habe ich wieder den Boomerang. Wollte ich nicht eigentlich Enterhack ein cooles Teil haben. Doch, ich wollte Enterhack ein cooles Teil haben. So, und jetzt heilen wir uns erstmal bei ihr. Oh, Erholung und so. Du verstehst mich, Focka? Oh, volles Leben. Cool. So. Ganz viele Vögel, die wir töten. Denn wir sind jetzt stark genug, um sie zu töten. Ach, hör auf! Ich habe dich doch erwischt, du... Du Vollspack. Ja, ja, die Teile bringen mir eh nichts. Ich habe sowieso unendlich... Ach, jemand hat gesagt, ich soll dieses Schild wegnehmen. Dann verfolgt er mich. Und was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was kann ich jetzt machen? Er verfolgt mich super. Und jetzt? Soll ich hier runter? Soll ich hier runter? Soll ich? Du kannst hier nicht hinnehmen, sondern nicht hier. Okay, wieso nicht? Opfer! Hau ab! Hau ab! Hier rein! Nein! Was kann ich mit dem Typen machen? Los! Was willst du? Komm Stippe! Boah, jetzt ist er weg! Ist ja klar! Was bringt er mir? Was kann ich mit ihm machen? Kann ich ihn gewaltigen? Was soll das? Was? Los! Sag schon! Was kann ich mit ihm machen? Los! Sag schon! Ja, 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 ja! Bäm! Komm nochmal! Wir laufen hier entlang! Und wir laufen hier entlang! Und schon ist er wieder weg! Wop, 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 wop! Super! Was hat das jetzt gebracht? Der hat mir geschrieben, ich soll ihn... Ich soll das Schild aufheben, das kann mir jetzt bitte in die Kommentare schreiben, was mir das gebracht hat! So, wir gehen hier rauf! Denn wir wollen in den Wald! In den Wald! In den Wald! In den Wald! 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 Bounce! Bounce! So! Enter Haken los! Enter Haken los! Los, 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 los... Ja, eben, ich dachte schon, wo ist der Weg hin, der hier nach links führt. So, und... Ah, was soll das? Ich hab den schon vorgelehnt, bevor er mich angegriffen hat. Wieso ist mein... Denkst du, wie du so schwach, mein Schwert? Früher konnte ich den Typen One-Hit-KO'n, jetzt... Kann ich es nicht. Es hat uns Stärke verloren in der Schattenwelt! Ja, ha, dort ist schon der Wald. Und wir gehen auch schon gleich in den Wald, denn der Wald ist cool und... Aha, getroffen, getroffen, getroffen! Ha, wo ist der Teleporter? Suchen wir ihn mal. We search and teleport... Hier ist er doch gleich, oder? Was ist das? Hm... Sieht nicht nach einem Teleporter aus... Boom... Ja... 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 Ich muss mich vor den Bienen beschützen, und zwar hier drin. Was will der Typ? Ah, was willst du? Das versteckt unsere Liebesbande ohne Erlaubnis. Ja, ach das war... Den kenne ich doch schon. Ja egal, ich kenne ihn zwar, aber er kennt mich nicht mehr. Ich gehe halt wieder raus. Er mag mich nicht. Und erstaunlich was alles in so einem, ähm, hohlen Stamm eigentlich drin ist. Wisst ihr, normalerweise denkt man so, oh, in einem Stamm, was kann da drin sein? Vielleicht gar nichts, aber hier ist eine ganze Höhle im Stamm drin. Ah, ich erinnere mich, ich habe das ja schon alles mal erkundet. So, und wir machen hier am besten gleich mal Schluss und sehen uns... Ah, ich mache es so hart für die Bestandreiter. Manche es. Manche es.